Du bist Rechtshänderin, aber spielst Tennis mit links. Warum? Ich weiß auch nicht. Ich habe als Kind den Schläger direkt in die linke Hand genommen, weil das für mich natürlich sich angefühlt hat. Meine Eltern haben die Theorie, dass ich so spiegelverkehrt genau das Gleiche gemacht habe, was sie mir gezeigt haben, damit ich bloß keinen Ärger kriege. Und das ist so die Theorie. Aber ich mache tatsächlich alles mit rechts. Aber ich habe gehört, dass Carlotta genau das Gegenteil macht. Sie spielt mit rechts und macht sonst alles mit links. Richtig? Ja. Genau.